So, hallo, da sind wir wieder. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt erstmal, na, wenn ich mich bewegen kann, dieses Kyanid. Was haben wir denn da noch? Ein Diamant. Boah, haben wir zwar genug, aber komm. Und dann können wir eigentlich wieder zur Seebahn. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch nach oben. Ah, da ist was. Oh, Hallöchen. Danke fürs Follow, das ging aber schnell. Das war's. Fabrication facility. So, you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. So, dann schauen wir doch mal, wie wir hier rauskommen. Wir laden auf jeden Fall mal unseren Abwehrmechanismus auf. So. Oh. Und guck mal, was hier ist. Ich glaub, das müssen wir uns nochmal angucken. Weil... Wir brauchen ja Kyanid für den Body. Alles andere haben wir ja. Äh, ne, wir haben alles, aber wir haben sie hier. So. Aber... Das geht jetzt tatsächlich ein bisschen schnell, weil, äh, ich mein, ich hab diese Kommunikation, äh, abgedingst. Achso, ja, Wasser. Ja, stimmt, ja. So geht das jetzt. Das geht hoch, genau. Na, was haben wir denn da? Schönes. Lass mich raten. Das ist, na, Silber wahrscheinlich, ne? Brauchen wir im Moment alles nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir die Sachen, die wir brauchen, bis auf... Ähm... Guck mal, ob wir irgendwie hochkommen. Haben wir irgendwie einen Aufgang? Ähm, ja, also wie gesagt, mir geht das zu schnell. Ich will wissen, was mit meiner Schwester ist, weil das ist der... Ja, auch eins der Ziele. Ich weiß, wie das Ganze ausgeht. Klar hab ich gespoilert. Das ist gar keine Frage. Weil ich hab mir lange, bevor ich vorhatte, das zu spielen, lange bevor ich wusste, wann das... Die Vollversion praktisch rauskommt, hab ich natürlich, äh, bei anderen, die Alpha, Betas und weiß Gott was, äh, die Access-Variationen gespielt haben, reingeguckt. Okay, wie find ich denn hier raus? Alles wertvolles Zeug, aber ich brauch's im Moment nicht, weil wir brauchen eigentlich nur noch eine Sache. Gut, ich würd auch ganz gern mal den Snowfox fahren, aber... Wir werden einige der Möglichkeiten jetzt einfach mal nicht nutzen. Was ist bitte das? Wie einfach gar nix, ja? Ja, Chancen auf Gold. Wenn ich was hab, dann dieses Gold. Warum sind da rote Dinger, die ich nicht scannen kann? Oder hab ich die schon gescannt? Das ist wieder mal eine Zeit lang her. Noch mehr Kyanid sind wir... Und wo sind wir denn gekommen? Fliegen wir mal hier weiter. Auf die Gefahr hin, ne Quatsch, hier ist weiter rot. Es geht leider auch wieder runter. Mal gucken, was wir da haben. Ist da irgendwas, was wir... Das ist toll, hier war ich wirklich noch gar nicht, ne? Müssen wir uns anschauen. Vielleicht gibt's ja hier noch was Interessantes. Oder hier ist diese Facility. Das sieht ja irgendwie so aus, als würde hier noch was Besonderes kommen. Aber, naja, das ist nicht gut. Oh, die Blumen da... Ich glaube, auch die müssen wir kurz mal erforschen. So, lass mal ganz kurz schauen. Können wir eigentlich nicht mal... Irgendwie komplett... Achso, ich... Ne, doof. Ich wusste doch... Die Fische haben wir schon. Irgendwas sonst noch, was wir brauchen. Außerdem Sonnenrad. Nein. So. Aber das Wichtigste ist jetzt wohl, dass wir entweder finden, was es hier besonders gibt. Oder halt hier rauskommen. Oder geht's noch weiter runter. Äh, runter ist... Uuah. Dann guck ich mal, dass ich hier irgendwie ein bisschen... Erstmal das Ding aufladen. Dann immer weiter nach unten. Möhnlichst ohne, dass der mich kriegt. Ach, wir sind jetzt wahrscheinlich an genau der Stelle. Ich hoffe, wir haben... Uuhu. Ich will mich mit dem nicht anlegen. Jawohl. Und hier runter. Nein. Hier lang. Komm, das muss ja irgendwie gehen. Immer auf dem Boden entlang. Hier ist es. Können wir da rein? Ich hoffe, dass das Ding ja nachher noch da ist. Okay. Wir wissen jetzt, wo das ist. Ja, da fehlt aber einfach noch ein bisschen was. Der ganze Arsch voll. Und wir haben hier keinen Fabrikator. Was ist das da? Okay, verstehe. So, wir wissen jetzt, wo das ist. Aber wir haben noch nicht alles. Und sonst ist hier auch wirklich nichts zu tun. Oder finden wir hier... Sag mal, was ist denn da? Das ist enttäuschend, dass es hier nichts gibt. Weißt du? Ich hätte gern was gehabt. Aber das hier ist also diese Facility. Sag mal. So. Jetzt gucken wir doch mal. Haben wir? Haben wir? Haben wir? Nein, will ich nicht. Ich will die. Ja, genau. Fabrik. Ich nenne es einfach mal Fabrik. Ist das jetzt Fabrik? Ja. Warum ist die nicht auf meinem Radar? Da. Doch ist. Okay. Wenn man sie sieht, ist sie halt eben kurz nicht da. So. Ja. Ja. Toll. Jetzt müssen wir hier raus. Möglichst ohne... Oh mein Gott. Ohne dass uns der Onkel... Wo geht's denn nach oben? Ah, das sind mehrere. Äh... Fuck. Aha. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Äh... Toll. Yeah. Oh fuck. Ich will hier nur weg. Oh ja. Die... Räder hier sind eigentlich ein guter Hinweis drauf, dass es hier raus geht. Okay. Ich will hier nur noch weiter nach oben. Da sind wir raus. Gut. Jetzt müssen wir nur noch weiter nach oben. Ich hab' ne Idee. Haben wir was dabei? Äh, ja. Haben wir etwas dabei zum... Intaken? Aha. Hölle. Hm. So. Wir gehen jetzt erstmal raus. Nein. Eingang... Fabrik... Na, das ist... Oder warte mal gucken wir mal. Ist hier jetzt nicht irgendwelche Fische? Nein. Nein. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Wir müssen... Wir müssen... Ich glaub' wir müssen Richtung... ...Pilot hin. Das würde uns auf jeden Fall ein bisschen helfen. Oder? Ja. Ja. Das hilft. Oder? Ja. Das ist... Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Oh. Ich muss auch gleich vielleicht ein bisschen reparieren. Oh, fuck, fuck, fuck. Da geht's runter, aber nicht hoch. Dann müssen wir runter, um hochzukommen. Hallo? War da was? Aha. Ja, Püren, die kriegen wir hier in rauen Mengen. Aber, nee, wir sind an der richtigen Stelle. Wir müssen jetzt nur noch mal da raus. Dann immer diese Richtung. Hoffe ich. Ja, da geht's wieder runter. Ja, die zweite kenne ich ja noch. Da haben wir ein bisschen weiße Zeugs gefunden. Geh weg. Weil ich möchte nicht, dass du mir was kaputt machst. Ja, das kann ich. Wirst du mich da behalten, ja. Das ist bedauerlich. Oh, fuck. Wie kommen die hier raus? Mengenweise Zyanid, Kyanid, was auch immer. Oh, da wären noch mal diese Geißeldinger. Ich hab ne Idee. Davon. Brauchen wir eins. Damit sieht's da schon mal gut aus. Und wir brauchen eigentlich noch Nahrung. Ist der jetzt gekocht? Nein, ist er nicht. Mann, ich bin doof. Ja, raus damit. So, war ja erstmal ganz lecker. Ah, noch ne Sache, die wir machen müssen. Ähm. Das da. Das sieht gut aus. Was ist das schon wieder? Irgendwas fällt da immer wieder raus. Ja. Noch mehr davon. Hm. Oh, das ist schlecht. Oder? Jo, das ist schlecht. Ja. Ja, ist ja gut. Ich hab ne kleine Idee. Und zwar, weil mich auch das gefläschte Fläscher hier auf den Sack geht. Wir reparieren. Und dann schnappen wir uns noch ein bisschen Nahrung. Für irgendwas muss ja dieser Laser-Dolch gut sein. Okay. Äh, nein. Ja. Hallo?